Was zur Hölle macht ihr da? Hier ist die Schwurteinheit draußen! Das ganze Militär ist am Anfang! Oh Gott, oh Gott! Die kommt mit dem Militär wohl! Hannover, ich weiß wie das ist. Manchmal juckt es einem in den Fingern. Mein Gott, Denver! Wie lange müssen wir doch durchhalten? Der neue Karre ist auf dem Weg. Der ganze Gang ist... also... Oh shit! Schieß die nieder! Schieß die alle nieder! Bremen, nimm die Kohle! Hamburg, wie ist die Lage? Beide Bohrer gehen nicht! Eins, zwei, drei... Willer Tschau, Willer Tschau, Willer Tschau, Willer Tschau, 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 Tschau. Ihr Schlappau, wir rauben euch dann aus! Und heut Nacht singen wir Schwerrei! Verdammter Scheiße, Jungs! Reißt euch zusammen und singt hier nicht so wie heutige Hunde. Das Geheule kann sich ja keiner anhören. Ich hab Großes mit euch vor. Ich mach' heute mal mein eigenes Ding. Jetzt bin ich mal der Scheißprofessor. Dafür habe ich mir richtige Profis ins Team geholt. Der mit der Rotzbremse im Gesicht, Spandau, der Kopf des Teams und ein echter Allrounder. Kampfjetpilot, Feuerwehrmann, Polizist und Taube. Er hat schon alles gemacht, wenn auch nicht immer erfolgreich. Trotzdem, er ist das Schweizer Taschenmesser im Team. Der Typ hier mit dem irren Blick ist ein Rufaar. Er sieht vielleicht nicht so aus, doch er ist eine echte Waffe. Die Jahre an der Front haben ihn zum ultimativen Soldaten geformt. Unberechenbar, herzlos und auch ein bisschen verrückt. Naja, was soll ich sagen, der Junge gefällt mir. Bremen, jahrelange Erfahrungen als Busfahrer auf den Straßen dieser Welt, machen ihn zum besten Fluchtfahrer, den man kriegen kann. In einer Stunde bringt er dich von Castro Brauxel nach Berlin. Wie er das schafft, das bleibt sein Geheimnis. Naja, seins und das des Wagens. Der Nerd hier ist Hamburg. Er brach sein Studium der Raketenwissenschaft ab, da es ihm nicht explosiv genug war. Er beherrscht das Zehnfingersystem alleine mit seiner Linken. Und jegliche Firewalls durchquert er ohne Mühe, ohne Skill oder ohne Arbeit. Also bitte bereit machen, Männer. Ey, meine Frage, entspann doch. Wo kriege ich den Bohrer her? Niemand hat gesagt, dass ich einen Bohrer brauche. Der Thermobohrer. Ich weiß auch nicht, wo ich den hingelegt habe. Naja, ich glaube, den haben wir einfach dabei im Kofferraum oder so. Leichensack-Koffer. Spann doch, ja. Den brauchen wir sicherlich. Für den Bremen brauche ich den noch. Wieso brauchst du für mich einen Leichensack-Koffer? Sag mal, bist du noch ganz... Oh ja, ich... Ohne... Der scheiß Bohrer ist auf dem Parkplatz versteckt. Holt euch den und damit bohrt ihr euch dann in den Ressort. Den räumt ihr komplett leer. Und dann sind wir auch schon raus. Einfach Ehre. Oh, okay. Danke, Denver. Denver hat einfach immer unseren Rücken, ne? Ey, gucken Sie nicht. Leute, wir haben hier einen Zivilisten. Was, wo? Gehen Sie so... Oh. Gehen wir mal weiter. Hey, gut. Was mit ihm, Alter? Hast du ein Problem? Bremen, geh weiter. Schwichter hinein, Bremen. Schwichter hinein. Hey. Schwichter hinein jetzt. Hast du ein Problem? Gehen wir weiter. Denver, soll ich ihn abknallen? Nein, nein. Da musst du ruhig bleiben, Hannover. Auch wenn es schwer fällt. Gut, Roger. Ich will heute keine Tore schämen. Gut, Jungs. Ist mein erstes Mal. Ja, bei mir auch. Wie kommen wir hier rein? Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist ein sehr filigraner Öffnungsmechanismus. Ein sogenanntes Schloss. Okay, Leute. Das ist jetzt... Das kann eine Weile dauern, weil ich habe natürlich die entsprechende Hardware jetzt nicht dabei. Kann ja wissen, dass wir so ein billiges Dreckschloss aufmachen müssen. Sag mal, Spannender, wir waren hier dafür verantwortlich, hier die Location mal zu scouten. Ey, ruhig. Das war der Hannover. Hannover hätte das machen sollen. Nee, ich bin nur für meine Waffen zuständig. Denmark, ich bin nicht... Scheiß 96... Denver, können Sie uns sagen, wie wir das Schloss aufkriegen? Das ist Hamburgs Job. Der kleine Scheißer soll mir mal zuhören. Hamburg, kannst du nicht mal ein normaler Schloss knacken? Das ist hier dein einziger Job. Jetzt reiß dich zusammen, du Nerd. Und dann hast du auch unseren Anzug vergessen. Aber ich kann doch nicht... Du musst mich eigentlich komplett verarschen. Okay, 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 ich habe Vorschlag. Also ganz kurz, können wir mal bitte noch mal auf die andere Straßenseite gehen? Also wirklich. Guck mal hier noch mal in die Gasse, bitte, Jungs. Also ich bin ja jetzt hier nicht der Chef, aber mal ein bisschen gehören, muss ja vorauszusetzen sein. So, wenn wir irgendwo einbrechen, das ist ja hier unbefugtes, betretenes Gelände, nicht wahr? Ja. Dann müssen wir noch eine Maske aufsetzen, bevor wir da irgendwie... Ja, aber doch nicht auf der Straße anerkennen. Da wissen wir alle direkt, dass wir Räuber sind. Ja, dann machen wir das hier. Das ist halt doch gut. Natürlich zieht der Flachweil nur eine Maske an. Wollt ihr da ohne rein oder was? Seid ihr komplett beschweigt? Okay, habe verstanden. Ja, also Denver hat gerade mir aufs Ohr gesagt, dass wir Masken aufsetzen sollen. Ach so. Danke, Spandau. Danke, ihr. Ich dachte, das ist ein easy Job mit den Jungen. Hamburgs, die haben keine Maske auf. Was drückt man denn dafür? G-Muskel, den G-Muskel. G, ich drück, G. G, G, G. Wir drückhalten. Wir drückhalten, sag mal. Wir sind doch ganz dicht. Ah! Ah! Was soll das? Scheiße! Aber Amanda hat doch gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Okay, Zugriff. Okay, ja, ich mache es mal. Warum eskalierst du so schnell? Ihr habt gesagt, das ist ein einfacher Job. So, ich habe sie aufgemacht. Bremen, bringen sie den Weg vor. Nehmt dauerne einfach raus. Los, runter, runter. Okay, nimm die scheiß Maske ab. Das bringt doch alles nichts. Hannover, du bringst die Geiseln in den Rückraum. Ich habe hier noch jemanden, aber ich weiß nicht. Äh, Hamburg, hol die Tasche aus dem Van. Und Bremen, du hilfst dir, die Bullen abzuknallen. Ihr seid ja alle wahnsinnig. Ich suche den Bohrer. Oh, das war eine Granate. Tut mir leid. Oh mein Gott. Ah, ehrlich, ich bin nicht mal zu. Noch eine Granate. Tut mir leid. Oh Gott. Was passiert denn da? Was machen sie denn da? F, F-Ruske. Oh Gott, oh Gott. Die kommt mit dem Militär wohl. Hamburg, zu meiner Position. Jaja, 200 Sekunden ungefähr noch. Zu meiner Position. Boah, was schien es blockiert? Zu meiner Position. Ich mach die, ich mach das. Hamburg, zu meiner, nicht zum Bohrer. Zu meiner Position. Alter, Hamburg, hast du irgendwas auf den Ohren? Komm doch bitte zu mir her, Hamburg. Der Bohrer bohrt mich. Wer hat den Idioten eingeladen? Denver, was ist das für jemand, Mann? Hey, ich hab keinen besseren als diesen Nerd hier für diesen Job gefunden. Nein, die ist völlig wahnsinnig. Ich mach den Bohrer heile. Kein Problem. Ja, ich hab auch einen Bohrer, der geht nicht mehr. Ihr habt die zwei Bohrer, warum? Ja, ich wollt auch mal. Hannover, ich brauch ein bisschen Deckung hier. Ich brauch ein bisschen Deckung. Hast du mal nach hier draußen geguckt? Hamburg, wie ist die Lage? Beide Bohrer gehen nicht. Hier sitzt noch 180. Jetzt ist der wieder im Arsch. Was sind denn das hier für Betricksbohrer, die hier organisiert? Oh mein Gott. Hamburg, jetzt repariert diese Zeitbohrer. Der ist wieder überhintraulich. Es ist unfassbar. Scheiß Hannover steht da oben auf die Tür. 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 Sie können froh sein, dass die Bullen grad nicht mehr anrücken. Die Nummer eins im Norden ist Bremen. Mann, ich find euch alle so gemein. Hört auf, wie so Kleinkinder rumzuschreien. Alle nur am Meckern, verdammte Scheiße. Vor allem du, Bremen. Du kleidersch Arschloch. Ist ja gut, denn man muss ja nicht gleich Arschloch zu mir sagen, Mann. Ich werd hier schon wieder komplett allein gelassen. Also, das ist eine absolute... Ich hab den ganzen... Der ganze Gang ist... Also, was soll ich denn... Ey! Wir erschießen Geiseln, wenn ihr schießt! Warum schießen ihr denn auf uns, wenn wir Geiseln haben? Ja, gute Frage. Wir könnten, glaube ich, schon Geiseln erschossen haben. Die denken sich auch, naja... Ich... Ruf mal kurz Denmar ein. Jo, Denmar! Ich glaube, es wäre eine ganz geile Idee, wenn wir ein Zeichen an eine Geisel erschießen, ne? Was sagst du? Hannover? Ich weiß, wie das ist. Manchmal juckt es einem in den Fingern. Komm, eine ist keine! Niemals! Eine Geiselte! Hannover! Hannover! Das ist das wahre Leben! Mein Gott, der Typ ist völlig irre! Wollst du, du Glücksarschloch? Was erlaubst du dir eigentlich? Bist du komplett wahnsinnig geworden? Das war ein Zeichen an die Polizei, Denmar! Das kannst du doch nicht machen, du kleiner Wichser! Ich habe gesagt, keine Zivilisten! Denmar sagt, wir sollen keine Zivilisten erschießen, okay? Gut, gut, klar. Hat ja auch niemand gemacht. Doch, also... Wie ist denn die Situation im Scheißsafe? Der bohrt ja immer noch! Niem Sekunden. Oh, geht los. Okay, warte. Ich funke mal Denmar an. Was ist jetzt der Plan, verdammte Kacke, Mann? Hier sind überall Leichen auf dem Boden. Hol die Kohle aus dem Tresor und haut ab. Draußen steht schon die Karre. Bremen fährt. Oh, Telefon? Okay, der Bohrer läuft durch den Tresor. 100 Sekunden. Moment, Telefon. Ja? Hallo, guten Tag. Hier ist die Versicherung der Ehre. Aha. Spreche ich mit Herr Roman? Richtig. Ja. Wird die Bank gerade überfallen? Schönen Tag noch. Na, das war die Versicherung. Die haben gefragt, ob mir gerade eingebrochen wird. Ich habe Nein gesagt. Ah. Super. So, 15 Sekunden noch mehr, dann macht euch bereit. Jo. Nehmt das Geld. Okay, so, ich bin drin im Safe. Der Tür ist direkt offen. Los, holt den Scheiß. Okay, okay, okay. Nehmt das Geld, nehmt das Geld. Schön in die Taschen. So, Spandau. Geld, Geld, Geld. Voll schicken. Mir, mir nach, Leute. Mach den Job alleine. Eine Geisel nehm ich noch mit. Wie komm ich hier raus? Oh, Junge, Bremen. Ich brauche Deckung, brauche Deckung. Bremen, jetzt nimm doch mal die Beine in die Hand. Leute, rennt doch mal jetzt. Ich hab ein bisschen mehr Gewicht auf ihr Rippen, das wisst ihr doch. So, und rein da. Reiner. Haben wir's, haben wir's, haben wir's. So. Oh. 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 Ich muss gestehen, ich hab zum Schluss noch einen Zivilisten mitgenommen. Die haben's verkackt. Die Bullsen nimmt uns her. Die verfolgen uns verdammte Scheiße. Ja, Bremen, guck nicht so blöd rum und konzentrier dich auf die Hand der Straße. Oh, ja, ja. Oh. Okay, Leute, Leute. Oh, shit. Oh, shit. Schieß die nieder, schieß die alle nieder. Bremen, nimm die Kohle. Du müsst alle Kohle mitnehmen. Okay, alle nimm die Kohle mit. Jut, 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 ich nehm den Sack. Schön, schön, schön. Die scheiß Straßensperre. Hat uns Dan Wacker nicht Bescheid gesagt. Oh, ihr verdammten Idioten, habt das Ganze alleine verkackt. Jut, okay, wo sollen wir hin? Verschanzt euch und ich organisiere euch ne neue Karre. Geht klar. Okay, geht klar. Leute, verstanden, los. So, hier, SWOT-Einheit. So. Dankeschön, Bremen. Gerne, gerne, Hannover. Entspannt euch, entspannt euch, entspannt euch. Hier links um die Ecke ist gefühlt die ganze Polizeistation. Ja, ist nicht schlimm, lasst sie kommen, lasst sie kommen. Hallo, war, du weißt doch, wie ich soll. Hat wir ein Asthma-Spray? Bringen sie alle um. Hat wir ein Asthma-Spray? Nein. Oh, da kommen die Helikopter, Leute, da kommen die Helikopter. Die seilen sich ab. Es schießt die Seine. Oh, ich muss auch einen abseilen, langsam. Mein Gott, Dan Waffi, dann müssen wir doch durchhalten. Die neue Karre ist auf dem Weg. Jetzt halt mal nicht so Pussis und reißt euch ein bisschen zusammen, wenn ihr nehmt das Scheiße. Ja echt, warum sind die denn so, tun so, als wärs ihr Geld? Ja, ist echt so. So. Alles klar, die neue Karre ist da. Der Van ist da. Ist zwar kein verfickter Maserati, aber was soll's. Bremenrand ansteuern, na los, zacki, zacki. Und rein. Okay, Alter. Okay, let's go. Hä, warum kriegt jetzt Hamburg 80.000 mehr? Ja, weil ich nämlich die Arbeit hatte. Was? Leute, sagt doch auch mal was. Nö. Ich bin einfach nur noch menschlich enttäuscht. Der kriegt nur mal das Doppelte. Einfach so. Frag den Denver doch mal. Obwohl der der schlechteste von uns ist. Ich rufe jetzt an und mach dir auf Lautsprecher. 180,5. Hier, let's go, let's go. So, Achtung. Jo, Denver, hier Spandau. Kommt ihr zu hören, habt ihr's da draußen geschafft. Nee, du brauchst jetzt gar nicht so kommen. Wir haben mitbekommen, dass du dem Hamburg nochmal 80k überwiesen hast. Jetzt hör mir mal gut zu, Junge. Nee, du hörst jetzt mir mal zu. Du hörst mir gar nicht so. Ich bin raus. Weißt du eigentlich, wie lange ich schon auf Dark Souls 2 warte? Nur am Teasen aber kommt nichts. Also halt den Fröschen. Du kannst dich finden und erschießen, verstehst du das? Dann kommst du doch eh nicht hin wie deine beschissene Dark Souls-Aufnahme. Egal, ob du in Denver oder Washington oder New York oder was weiß ich wo bist. Stuttgart, Stuttgart. Stuttgart. Ja. Danke Hannover. So, ich leg jetzt auf. Hier darf ich noch was sagen. Ja, sag ihm was. Nein. Du stinkst, Denver! Du stinkst! Oh Mann. Hast du gehört? Hannover hat gesagt, du stinkst. Ja, sag's ihm nochmal. Frau Kl impressed! Ja. Ja, sag's ihm nochmal. Vielen Dank.